Wir haben es zweimal entschieden, also ich finde es ja auch ein bisschen äußern, aber wir haben es zweimal so entschieden. Wir müssen halt, wenn dann überall welche, die die Charaktere daran haben, die Technologie ist ja auch. Oh, hallo, big, oh, fast case. Es hat Winner-Spider, 3rd gegen Lilith-Spider. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Einfach falsch gehen. Ich mein, wenn Fox und Falko, dann können wir ruhig ab Timeouts verlieren lassen. Nicht? Aber ich nix dagegen. Wie war denn eigentlich? Ich hab das halt nicht gesehen. Ich hab das Set nicht gesehen. Wie hat er denn die Timeouts? Hä? Ach, ich hab's auch nicht gesehen. Weil wenn es über Air, über Aerith und so ist, kann man halt anstatt das Last-Best Limit, die bessere Air-Time Limit. Weil wenn man an der Lett ist, fehlt es auch als Air-Time. Ich glaub, das ist halt so sinnlos, dass so eine Diskussion immer nach einem Match losgestoßen wird. Ist ja nicht so, als ob es dir ein großes Puff-Camp-Problem gäbe, oder? Es ist bloß Sangry Box, der einmal einen Redner gecampt hat und nicht mal gewonnen hat. Es gibt ja auch nur einen guten Puff. Der Moment. Ja eben. Wenn Puff-Camping so gut wäre, dann würde es doch wohl mehr Puffs geben. Keine Ahnung. Es gibt halt viel zu viele... Gefühlt hat jeder Charakter irgendwas brokenes da. Also jeder Top-Tierter-Karakter. Ja. Ja. Und deswegen sind Mid-Tiers auch so viel cool. Einfach nur Mid-Tiers erlauben. Ja. 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 Und wie findest du das? An sich ganz nett, aber ich finde es zu irritierend, dass es keinen Ton gibt. Mal gucken wie es wird, weil... Dann gehe ich immer die Übersicht. In 2 Jahren kommt ja Rivas 2 raus. Ja. Hat auch dann eine 3D-Grafik. Ja. Mal gucken, ob ich echt Hoffnung fühlen eigentlich. Ja. Ja, wenn die den Charakteren mal Stimmen geben, das ist echt so mein Hauptproblem, sonst würde ich das glatt öfter spielen. Ja, da kann man die Welt mal reinmoden. Das ist halt das Gute, dass das halt auch ein Workshop hat. Oh, dieser Rest! War schon wieder ein SD. Was für ein SD. Was für ein SD. War schon noch ein SD. Naar! So, ist das ein SD? Ja, warteiel. So, das ist das Aubren. Der Spannende ist noch in der CS. Ich hab盡 ironisch. Der Spannende ist ein D JEFF. Mit dem Kopfchen langsam, wenn du den Kopf getroffen wirst, wenn der abbiegt und hochfliegt und dann nicht mehr ins Garten kann. Das ist immer so traurig. In dieser Hölle haben wir zwei Groschen da. Groschen? Ja, das ist ein tolles Fett. Das ist ein tolles Fett. Der ist ein tolles Fett. Ich habe das nicht getroffen, in der nicht mehr Testschen. Das ist ein tolles Fett. Der Rest ist auf der Seite. Oh mein Gott, das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Oh mein Gott. Oh! Das ist es! Oh mein Gott, 2-1 für Jan. Noch gerade so geturnt, das Game. Kein Rest am Anfang. Und kein SD. Ist das überhaupt ein richtiges Match? Dieser Rest war halt so wie bei Konati, also wie bei den Falkenpunk am Anfang. Und das hat sogar klappt. Ich kann halt wirklich freuen, dass Jan heute zum ersten Mal in Jero gewinnt. Super Ergast. Weil Jan, also weil Dennis und Maxi haben hier schon mal gewonnen. Maxi halt nur einmal. Aber ich bin auch dafür, dass Jan einfach mal immer seinen Tag ändert. Je nachdem, wann er wieder platziert ist. Ich glaube, das ist der Plan. Weil er ist ja schon manchmal Zweiter geworden. Wenn ich nicht mehr schlafen, dann bin ich mir wieder. Ich muss mich bald wieder platziert. Ich bin in der Fall. Ich muss mich nicht mehr schlafen. Ich bin in der Fall. Ich bin in der Fall. Ich bin in der Fall. Aber ich finde es schön dafür, dass wir hier noch solche Füße haben, aber kein Stark Und das ist Game 5 Das ist eigentlich so ein Algorithmus, wann es bei Star-K.O. war gekommen Das muss halt oben sein, na klar Also ich glaube, wenn du so ganz knapp stirbst, dann ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass du vorne dringst Aber ansonsten Ich finde, wenn du so ganz knapp stirbst, dann ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass du vorne dringst Das muss ich immer resten Selbst wenn ich da für ein Quatsch bin Oh, wenn du nicht wirst, einfach resten Was so interesting cover hier vorlaufen machen, ist ja Oh, zu big spawns, was nicht zu gut Und einfach so uptippen machen Das muss man schon rest Aber ich dachte, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass sie alle gegen den Dennis gewonnen haben Das war das allererste Das erste Mal war in Nürnberg Das erste Mal war in Nürnberg Ja, nicht so weit gespeist Ja, stimmt, aber in Berlin war das das erste Mal Aber ich glaube, ich kann Ich glaube, ich kann das zweite Kugel sein Ich bin aber nicht sicher Ich glaube, sonst war er noch verloren Jedenfalls war er deswegen halt bei Dennis Ranking nicht ein viel höher Bei seinen Ranking-Blitz für die Power-Rankung Über diesen Start-In-Armin Und bei den Finale war er überall Gate-1 und Gate-4 war ja da immer mal ein Team Ja Ja, da ist halt Jannis gerade richtig am abweiten Oh, let's go Last game, last dog Oh 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 mein Gott Fucking Oh 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 mein Gott, fucking fuck, fuck.